Hallo und willkommen zu unseren besten Klapphelmen 2020. Wir haben einen Haufen Klapphelme genommen und unseren Fahrer mit diesen auf den Weg geschickt. Und er ist mit Testergebnissen zurückgekommen, die uns genau zeigen, wie sich jeder dieser Helme platziert. So, der beste Klapphelm 2020. Wir haben einige der üblichen Verdächtigen, hauptsächlich diese fünf hier. Und auch ein paar Zweitplatzierte, die es nicht in die Top-Auswahl geschafft haben, die wir aber trotzdem getestet und verglichen haben. Und die könnt ihr gleich auch beim Straßentest sehen. Zunächst werden wir ganz kurz über die Helme sprechen und dann geht es direkt in den Straßentest. Ihr könnt genau sehen, wie sie sich anfühlen und so weiter. Und ihr werdet diese Helme hier sehen und die Zweitplatzierten. Und am Ende gehen wir durch die Grafiken durch, durch die Ergebnisse. All diese Daten an einem Ort zusammengeführt und wir werden eine Bewertung machen, um zu sehen, wie sich diese Helme genau platzieren. Erinnert euch, jeder Helm wird über eine Zeitspanne getestet und wir nehmen einen Durchschnitt bei 130 kmh. Also lasst mich euch die Helme zeigen. Die Top 5. Den Shark Evo One 2, AGV Sport Modular, den HJC RPHA 90, Neotec 2 von Shoei und den Shubers C4 Pro. Also fangen wir sofort an und denkt daran Leute, wir sind die Ersten, die dies mit all den Daten und der Ausrüstung machen. Wenn ihr eine detaillierte Besprechung eines jeden dieser Helmes sehen wollt, wo wir viel weiter ins Detail gehen, dann checkt unsere YouTube-Seite aus in der Produktbesprechungs-Playlist. Also, wir haben einige Schlüsselmessungen vorgenommen. Links haben wir mit der weißen Einheit ein Thermometer, welches oberhalb des Kopfes an den Belüftungskanälen misst. In der Mitte oben haben wir ein Dezibelmeter, welches am Urb und daher können wir genau messen, wie laut ein Helm ist. Rechts haben wir auch die Windgeschwindigkeit und dadurch können wir die Helme genau miteinander vergleichen. In der Mitte des Armaturenbretts haben wir natürlich die Geschwindigkeit und darunter die Außentemperatur. Am Ende jedes Segments findet ihr außerdem unsere Sternebewertung für jeden Helm. Und diese Sternebewertung gibt euch eine Idee, wie gut der Helm abgeschnitten hat in einer Reihe von speziellen Kategorien. Und darunter seht ihr unsere Champion-Helmets-Bewertung für jeden Klapphelm. So, unser erster Helm ist der HJC RPHA 90. Dies ist die weiterentwickelte Version, die nächste Version des HJC Max Evo und hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 400 Euro oder 460 US-Dollar. Das bedeutet, dass es ein hochwertiger Helm ist. Die Schale ist aus HJCs PIM-Plus-Material gefertigt, welches Aramid, Carbon und Glasfaser ist. Den Helm gibt es in zwei Schalengrößen und wiegt ungefähr 1500 Gramm. Das Visier ist für Pinlock-Antibeschlagscheiben vorbereitet und dieses Pinlock wird mit dem Helm mitgeliefert. Außerdem erhalten wir auch einen Sonnenvisier. Luft gelangt durch ein Kinnventil und ein oberes Ventil herein. Die Luft fließt durch ein einstellbares Ventil auf der Rückseite des Helmes heraus. Das Futter ist ein 3D-Multi-Cool-Futter, welches herausnehmbar, waschbar und antibakteriell ist und für Fahrer mit Brille geeignet ist. Das EPS ist für ein Kommunikationssystem vorbereitet und wir haben ein Mikroratschen-Verschlusssystem, um den Helm auf dem Kopf zu halten. Während unser Fahrer den RPHA getestet hat, war die Außentemperatur bei 25 Grad Celsius und die Windgeschwindigkeit durchschnittlich bei 135 kmh. Bei der Belüftung wurden 25 Grad im Helm registriert, was ein ziemlich gutes Ergebnis ist und zeigt, wie stark die Gesamtbelüftung ist. Das Dezibelmeter hat 102 Dezibel gemessen, was ziemlich gut ist und wir werden später sehen, wie er sich gegenüber all den anderen Helmen schlägt. Beim Testen des Helmes empfand unser Fahrer den RPHA als komfortabel, stabil und eine ziemlich starke Wahl insgesamt. Als nächstes haben wir Sharks Evo One 2. Das ist ihr Top-Klapphelm. Dieser Helm kostet ungefähr 430 US-Dollar empfohlener Verkaufspreis oder auch 370 Euro. Dieser Helm ist ein hochwertiger Helm und hat außerdem einige spezielle Features. Die Schale ist ein Polycarbonat-Material und es gibt zwei Schalengrößen. Das Gewicht liegt bei ungefähr 1650 Gramm und das Kinnteil kann komplett nach hinten geöffnet werden. Und noch besser ist, dass ihr damit auch legal fahren dürft in dieser Position. Das Visier ist für eine Antibeschlag-Pinlock-Scheibe vorbereitet, wird mit der Pinlock geliefert und öffnet sich automatisch, wenn ihr das Kinnteil verstellt. Außerdem gibt es ein herunterklappbares Sonnenvisier. Für die Belüftung gibt es ein Kinnventil, zwei Öffnungen oben am Helm und eine Entlüftung hinten. Im Inneren ist das Futter herausnehmbar, waschbar, antibakteriell und vorbereitet für Fahrer mit Brille. Und wir haben ein Mikroratschenverschlusssystem und Vorbereitung für ein Shark Toos Kommunikationssystem. Bei unseren Messungen lagen die Außentemperatur bei 25 Grad und die Windgeschwindigkeit war schön gleichmäßig bei 130 kmh. Der Shark war ziemlich schwach bei der Belüftung, da im Inneren des Helmes 31 Grad gemessen wurden. Das ist eine Differenz von 5 Grad. Bei der Lärmisolation war der Shark aber mit 102 Dezibel Geräusch okay. Unser Fahrer fand den Shark okay in allen Punkten, aber nie unter dem Besten. Wenn er aber den Preis des Helmes mit in Betracht zog, fand er, dass der Helm ziemlich gut abgeschnitten hat. Außerdem fand er den Kinnteilmechanismus schwierig zu benutzen, da er hängen blieb und nicht flüssig zu bewegen war. So, jetzt kommen wir zu AGVs Top-Klapphelm, den Sport Modular. Und wie der Name schon verrät, ist es ein ziemlich sportlicher Helm. Dieser Helm kostet ungefähr 750 US-Dollar oder 700 Euro im empfohlenen Verkaufspreis. Er hat ein Kinnteil komplett aus Carbon, eine starke Belüftung und ist insgesamt sehr leicht. Der Sport Modular ist aus 100% Kohlefasern gefertigt, was ihm eine stabile und leichte Schale gibt. Außerdem gibt es drei Schalengrößen und der Helm wiegt ungefähr 1300 Gramm. Das Visier ist für eine Antibeschlag-Pinlock-Scheibe vorbereitet und diese wird mit dem Helm geliefert. Und es gibt ein herunterklappbares Sonnenvisier. Belüftet wird durch ein Kinneventil, einer oberen Öffnung und einem einstellbaren Spoiler-Auslassventil auf der Rückseite des Helmes. Das Innenfutter ist umdrehbar, hat also eine Seite, die warm ist und die andere ist kühl. Das Futter ist weiterhin herausnehmbar, waschbar und antibakteriell. Es gibt ein Titan-Doppel-D-Ring-Verschlusssystem und der Helm wurde für ein Sena Arc-Kommunikationssystem vorbereitet. Unser Fahrer geriet in eine Hitzewelle beim Testen der nächsten Helme und die Temperatur stieg drastisch auf 31 Grad an. Die Windgeschwindigkeit ist auch ein wenig gefallen, auf etwa 125 kmh. Also gibt es einen kleinen Unterschied beim Wind, aber wenn es um den Temperaturtest geht, ist der Unterschied zwischen außen und innen der entscheidende Faktor. Wir haben sehr gute 100 Dezibel Lärm im Durchschnitt gemessen. Das ist ein insgesamt gutes Ergebnis und eine schöne glatte Zahl. Bei der Temperatur hat unser Fahrer 30 Grad im Inneren des Helmes gemessen, also dass wir einen Unterschied von minus 1 Grad haben. Für unseren Fahrer war bei dem Erlebnis dieses Helmes ein großes Plus, dass das Futter umgedreht werden konnte, welches er aus offensichtlichen Gründen auf die kühle Seite gedreht hatte. Unser Fahrer testete die neuere Version des Sport Modular und hatte keine Probleme mit dem Kinnriemen. Aber nach Ausprobieren der älteren Version befand er die neuere als komfortabler. Die Veränderung der Position für den Kinnriemen war also gut. Des Weiteren schätzte er das leichte Gewicht und sagte, er ist definitiv sportlicher, insbesondere wegen der starken Belüftung. Ein Helm, den jeder erwartet dabei zu sein, ist der Shoei Neotec 2. Top-Helm von Shoei in dieser Kategorie. Und es ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Klapphelm, seit er herausgekommen ist. Er kostet 630 Euro oder 700 US-Dollar im empfohlenen Verkaufspreis. Das Schalenmaterial ist Shoeis AIM oder Advanced Integrated Matrix. Das ist ein Glasfaserkompositmaterial und die Schale ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Das Gesamtgewicht dieses Helmes liegt bei etwa 1,8 Kilogramm. Das Visier wird mit einer Pinlock-Scheibe geliefert und hat einen fortschrittlichen Mechanismus, der einen dichten Verschluss ermöglicht. Es gibt auch ein herunterklappbares Sonnenvisier. Luft wird durch eine Lippe am Kinn und ein Ventil oben hereingelassen und entweicht hinten unter einem Spoiler. Das Innenfutter hat Lärmisolation, was Polster an den Ohren sind, um den Lärm zu reduzieren. Das Futter ist herausnehmbar, waschbar und antibakteriell. Der Shoei hat ein Mikroratschenverschlusssystem, ist speziell vorbereitet für das Sena SRL Kommunikationssystem, welches auf die Schale gesetzt wird, ohne die Aerodynamik drastisch zu beeinflussen. Wir hatten noch höhere Temperaturen beim Testen des Shoei Neotec 2 als mit dem Sportmodular. Die Außentemperatur ist auf 33 Grad angestiegen und die Windgeschwindigkeit hat sich auf 130 kmh erhöht. Unser Fahrer hat eine durchschnittliche Anzeige von 101 Dezibel bei einer Geschwindigkeit von 130 kmh gehabt. Die Temperatur lag bei sehr kühlen 31 Grad im Inneren des Helmes. Das war eine Differenz zwischen innen und außen von minus 2 Grad Celsius. Die Eindrücke unseres Fahrers vom Neotec 2 waren durchweg positiv. Bei der Lärmdämmung lag er ungefähr gleich mit dem Sportmodular und dem C4 Pro, den wir gleich betrachten werden. Die Belüftung war etwas, was er besonders heraushob, obwohl das vielleicht von der Hitze draußen beeinflusst war. Er meinte, der Helm fühlte sich am komfortabelsten von allen bisher Getesteten an und dass es definitiv einer der besten zu tragen war. So, jetzt kommen wir zum Schuberts C4 Pro. Dieser Helm ist eine weiterentwickelte Version des originalen C4, welcher eine Menge Probleme behebt, die dieser Helm gehabt hatte. Und dies ist die Pro-Version, nicht die Basic oder Carbon. Er kostet ungefähr 600 Euro oder 700 US-Dollar im empfohlenen Verkaufspreis. Es ist einer der Top-Klapphelme auf dem Markt. Die Schale ist Schubers Direct Fiber Processing Schale, was bedeutet, dass sie aus Glasfaser gefertigt ist, mit einem Minimum an Material, um Gewicht und Masse zu reduzieren. Er ist in drei verschiedenen Schalengrößen erhältlich und wiegt etwa 1,78 kg. Für die Belüftung gibt es ein Kinnventil, ein oberes Ventil und die Luft entweicht hinten am Nacken durch das Futter. Das Visier ist Schubers Standardweites Visier und wird mit einer Pinlockscheibe in der Schachtel geliefert, welche auf das Visier passt. Es gibt auch ein herunterklappbares Sonnenvisier. Das Innenfutter ist herausnehmbar und waschbar, aber es ist auch aus einem samtähnlichen Material gefertigt, was es sehr weich und komfortabel macht. Der Helm hat ein Mikroratschenverschlusssystem und ist vorbereitet für ein Senna SC1 Kommunikationssystem mit Mikrofonen und Lautsprechern bereits im Helm integriert. Für den Test des Schubers lag die Außentemperatur bei schön warmen 31 Grad Celsius und die Windgeschwindigkeit ist auf 120 kmh im Durchschnitt gefallen. Das Ergebnis unseres Temperaturtests war ziemlich gut. Wir hatten ein Ergebnis von 30 Grad Celsius, was bedeutet, dass wir eine Differenz von minus 1 Grad hatten, also gute Belüftung für diesen Helm. Bei der Lärmdämmung hatten wir starke 99 Dezibel im Durchschnitt. Der Schubers C4 Pro hat also insgesamt ziemlich stark gepunktet. Es gab Top-Bewertungen bei den Lärmdämmungen und auch Komfort-Kategorien. Jetzt haben wir auch noch ein paar zweitplatzierte Helme. Diese waren nicht ganz so gut, um es in die Top-Auswahl zu schaffen, aber wir haben sie getestet und wir haben all die Daten und Ergebnisse. Und sie wurden am selben Tag getestet. Also gehen wir sie schnell durch und ihr werdet all die Daten sehen und auch die Hauptgrafik ein wenig später. Der Airo Rev 19 kostet 360 Euro oder 400 US-Dollar im empfohlenen Verkaufspreis und hat ein vollständig zurückklappbares Kinnteil. Während des Testens dieses Helmes lag die Außentemperatur bei 27 Grad und die Windgeschwindigkeit bei 130 kmh. Wir hatten starke Ergebnisse bei der Belüftung von 26 Grad im Helm, einen kleinen Unterschied zwischen Außen und Innen. Das Dezibelmeter zeigte ungefähr 103 Dezibel Lärm. Das war ein wenig überraschend, denn unser Fahrer empfand ihn viel lauter, als unser Test gezeigt hat. Er wollte auch erwähnen, dass das Kinnteil sich gut bewegt und das Futter sich etwas billig anfühlt. Als nächstes ist der Rufboxer Carbon dran. Ein Helm mit einem großen Augenmerk auf Style. Er kostet 600 US-Dollar oder 530 Euro im empfohlenen Verkaufspreis und hat ebenfalls ein vollständig zurückklappbares Kinnteil. In unserem Test hatten wir eine Temperatur von 24 Grad und eine etwas geringere Windgeschwindigkeit von 125 kmh. Er war ein weiterer Helm, der gut bei der Belüftung abgeschnitten hat, da der Helm eine Temperatur von 26 Grad zeigte, also ein Unterschied von 2. Bei der Lärmdämmung bei dieser geringeren Windgeschwindigkeit war es ein Ergebnis von 105 Dezibel, was ziemlich hoch ist. Unser Fahrer wollte anmerken, dass der Helm sich sehr instabil bei Geschwindigkeit anfühlt und dass er laut war, eine schlechte Visierabdichtung hatte und ein unkomfortables Futter. Es war also nicht der favorisierte Helm. Schließlich kommen wir zu unserem letzten Helm, den Nolan N100-5. Ein Klapphelm mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 380 Euro oder 410 US-Dollar. Zu den Wetterbedingungen, die Außentemperatur lag bei 20 Grad und die Windgeschwindigkeit lag bei gleichmäßigen 130 kmh. Unser Test zeigte trotzdem eine schwache Ventilation, da die Innentemperatur bei heißen 31 Grad lag, also ganze 11 Grad Unterschied. Lärmisolation war aber viel besser mit ungefähr 100 Dezibel. Unsere Ergebnisse bestätigen die Gedanken der Fahrer zum Nolan. Er war sehr heiß, aber insgesamt ziemlich leise. Das Visier und das Kinnteil waren starke Features, die sehr geholfen haben, die Punktzahl zu erhöhen, ebenso wie die Geräuschdämmung des Nolan. Also gut, das waren all unsere Helme. Wir haben die Zweitplatzierten, wir haben die Top 5. Also kommen wir jetzt zu den Grafiken, zu den Ergebnissen. Wir sehen, wie die Helme sich tatsächlich miteinander vergleichen und erinnert euch, jedes Ergebnis wurde über eine Zeitspanne gemessen und bei 130 kmh. Also wir haben faire Ergebnisse. Bei dieser Grafik könnt ihr die Unterschiede zwischen Außen- und Innentemperatur des Helmes sehen. Was bedeutet, je geringer die Anzahl, desto besser das Ergebnis. Wir haben einige sehr interessante Ergebnisse während unseres Straßentests, obwohl die Helme, von denen wir dachten, dass sie gut abschneiden, alle gut waren. Der Shui Neotec 2, Schubers C4 Pro und der AGV Sport Modular waren unsere Top 3 Helme. Eine überraschende Ergänzung war der Airo Rev 19, der mit Minus 1 sehr gut abschnitt. Er wurde dicht gefolgt vom HJC RPHA 90, dann der Rufboxer Carbon und ein sehr überraschendes Ergebnis war, wie heiß der Nolan N 100-5 war. Der Shark Evo One 2 hatte auch nur ein ziemlich durchschnittliches Ergebnis. Bei der nächsten Grafik lesen wir die Dezibel, die von unserem Dezibelmeter aufgezeichnet wurden. Bei dieser Grafik ist ebenfalls die niedrigere Zahl das bessere Ergebnis. Auch bei diesem hohen Bereich an Dezibel ist selbst ein Unterschied von 1 oder 2 Dezibel ein bemerkbarer Unterschied. Noch einmal von den Helmen hatten wir erwartet, dass sie gut abschneiden und es gab auch keine Überraschungen diesmal. Der Shark Evo One 2 und HJC RPHA folgten dicht auf die Top 3 und hinten Anlagen der Rev 19 und Boxer. Also, was wirklich interessant zu sehen war, war, dass drei regelmäßig herausgestochen sind oder immer an der Spitze lagen. Das war der AGV Spot Modular, der Shui Neotec 2 und der Schubors C4 Pro. Diese Helme waren wirklich unter unseren Besten und unser Fahrer bestätigte, dass sie sich am komfortabelsten tragen ließen und so weiter. Aber etwas, was wirklich interessant war, ist, dass der HJC RPHA 90, welches ein starker Bewerber war, immer etwa im gleichen Bereich war, immer nur etwas darunter. Aber das ist cool zu sehen bei einem nicht so Premium-Helm, eher Mittelbereich im Vergleich zu diesen drei Premium-Helmen. Ja, das war wirklich cool und unser Fahrer war hier wirklich überrascht vom HJC. Dann zu den anderen, wir haben den Shark Evo One 2. Sehr gute Lärmisolierung, nicht so gut leider bei der Belüftung. Und dann der Rufboxer Carbon war interessant, denn es war das Gegenteil. Gute Belüftung, aber nicht gut bei der Lärmisolation. Und das haben wir quasi wiederholt bei den Zweitplatzierten gesehen. Das war sehr cool zu sehen bei unseren Tests und Ergebnissen. Also Leute, das ist es gewesen mit unserer Übersicht zu den besten Club-Helmen 2020. Wenn ihr mehr wissen wollt oder mehr Videos wie dieses sehen wollt, dann abonniert uns auf YouTube. Checkt unseren YouTube-Kanal aus, da findet ihr mehr. Okay, ich bin Chris von Champion Helmets. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.